Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Magica. Wir widmen uns wieder einem wunderschönen DLC und diesmal heißt dieser Dungeons & Demons. Mir heißt Zemente, Ostak und ich. Ich werde jetzt auch noch mal den kleinen Text vorlesen, der da unten in der Ecke steht, weil ihr des Lesens ja sicherlich nicht mächtig seid, deswegen bin ich so nett und lese euch diesen vor. Stoßt tief in die Verliese vor, auf der Suche nach vermissten Zauberern, Käse und dem drohenden Tod. Ich glaube den Tod werden wir eh alle wieder finden und den nicht nur einmal, sondern bestimmt mehrfach. Steht da wirklich drohender Tod im Deutschen? Drohenden Tod, ja. Wunderbar. Das englische Wort ist Probable, also dem sehr wahrscheinlichen oder dem wahrscheinlichen Tod. Also fast dasselbe. Egal. Ist nicht dasselbe. Ausgleich. Nein. Die Verlusten haben spontanisch entschieden, eine großartige Party zu erzielen, um ihren lieben Lehrern zu faszinieren. Die Präparation waren komplett. Aber eine Sache war falsch. Der Kuchen. Mit popularem Votum hat ein Grupp von Verlusten entschieden, um ins Dungeons zu entdecken, um eine Blut von extra älteren Blumen Kuchen zu suchen. Aber etwas ging schrecklich falsch. Oha, ich glaube, da ist was ganz furchtbar schiefgegangen. Meinst du? Denkst nicht. Weiß nicht. Nee, 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 nee. Vielleicht haben sie versucht, Magica DLC zu starten. So gut. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube schon. Warum dauert das nur so lange? Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir Revive auch gelernt. Geil. Wir sind vor allen Dingen alle im gleichen Spiel. Es ist immer der größte Trick überhaupt. Aber ich würde sagen, der Dungeon sah das letzte Mal, als wir hier waren, anders aus. Kann das wohl sein? Wir haben den Keller ausgebaut. Und was machen Goblins in unserem Dungeon? Piu. Ich bin individuell, ich habe einen anderen Laser. So. Ich glaube, ich bin tot. Frostack ist individuell, der ist tot. Der hätte dann nur wieder sein Heer reingecastet. Was unprofessionell ist. Ich glaube, ich hatte aus Versehen Heel in meinem Laser mit drin, aber ist okay. Wir wollen ja hier jetzt nicht den armen Frostack mit Sachen belasten, die in Wirklichkeit anderer Leute schuld sind. Warum? Guck mal, wir können den Wein einfrieren. Ein gefrorener Wein ist ekelhaft. Eigentlich ist da immer Frostschutzmittel drin, damit der nicht friert. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Zelda. Ein Triforce, ein Käseforce. Ja auch, ja auch. Das finde ich geil, ein Käseforce. Müssen wir hier durch? Dieses Zeichen nicht geschützt ist. Das ist ja ein Käse, das sind ja Käsescheiben und nichts anderes. Oh. 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 Gut, ich glaube. Sagen wir dort, die Listner. Die Droad, die rast auf der Grund und kalleert hat eine Oppenbäck. Dies wie sich Bacha's Bord. Bordskugfist Wurstmacher. Wurstmacher. Immer dieser Wurstmacher Der Daimon Wurstmacher Na dann los Oh Rache Ja Das ist ein eher lustiger Hund mehr Drei kleine Ideen Jetzt schläft er noch Wir kriegen doch Vlad tot Hier ist Käse Haben wir Vlad im letzten Spiel nicht umgebracht? Vlad hat zu viel Leben Also im allerersten Teil haben wir ihn irgendwann mal umgebracht Ja wir mussten ihn gegen ihn kämpfen aber irgendwie weder nicht Ich finde den Wurstmacher geil Wottenkrop 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 Ich finde der Wurstmacher ist natürlich ein riesen Problem Weil der Wurstmacher macht aus Käse Wurst Ne Ja das ist Ne Der gute Käse Buch Okay 20 Shades of Green Mhm Das ist auch gar nicht Guck mal Das ist jetzt schon wieder zeitgemäß Das Buch Und der damit verbundene schlechte Witz Rabumsel 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 Der Wurstmacher hat Goblins mitgebracht Ich bin aber kein Goblin Achso nicht? Nein du spielst wieder diesen Teleport Mage Guck ich wusste dass da Gegner kommen würden Ja eigentlich ist das sehr Ich hab gar nicht in blinden Verdacht hingeschossen Sondern ich hab einfach gewusst dass da jetzt Gegner kommen würden Man muss aber sagen es ist sehr angenehm diesmal durch diese Gänge Die kriegen erschreckend wenig Damage ja ja Das hat so ein bisschen was von Diablo finde ich Oh da ist ein Zauberer Da ist ein Goblin mit ner Robe Das ist bestimmt ein Magier Leben? Äh ja kommt Dann kommt ja wie wir vorhin gelernt haben niemals zu schmettern Aber die kriegen viel zu wenig Damage die Jungs Ich bin tot Auf Ankündigung Äh kommt eine Wiederebelebung Geflogen Setz mich nie da auf mein Fuß Also die sind wieder Die sind dann wieder alle nämlich herknallt weil ich zu geil bin Du bist zu geil Du bist zu geil Ja Robser Für diese Welt Piu Alter das ist geil Wieder meine Narka Das ist cool Äh Äh Ich bin zu lahm Ich bin zu lahm Ich bin zu lahm für diese Goblins Papam Da war kein Slay Oh ich bin tot Ich habe ein bisschen Angst vor euch Ja vor euch als vor den Gegnern Mhm Da Da kommen Goblins Papam Der Damage ist sehr geil von diesen Splittern der macht auch Spaß hier Bin der denn von mir Der soll weg gehen Ja Ich wurde gehauen Irgendwer grendt Irgendwer grendt Irgendwer grendt Irgendwer grendt Irgendwer grendt Ich möchte das für die Akten Wenn tatsächlich ein Zuschauer unsere Tode zählt Das war wieder ein nicht selbstverschuldeter Doch es war ein selbstverschuldeter Genau Wie konntest du nur im Strahl deiner eigenen Kollegen stehen Da ist schon wieder so ein Oh ich bin jetzt Das war Da war ich jetzt Also ich bin Genau Was bist du tot Du solltest mich vielleicht einfach mal wiederbeleben Ja Kommt 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 Ey das war synchron Brauch nur weiter Wieder was falsch gedrückt Egal Aber das war gut Wir haben alles richtig gemacht Aber Ich brauch grad nicht reagiert Nein ich meinte Ich hab mich den Laser Wo ich dachte ich brauche jetzt den Laser Ich baue jetzt nur noch diese Splitter Dinger Ich finde die auch geil hier Pam Wie machst du die? Mit Eis Mit Eis statt Dampf Genau Ansonsten genau gleich Sind halt auch ein Stehenbleiben und Aufladen Zauber ne Aber Sind vor allen Dingen Flächendamage Hätten wir gegen die Spinne viel öfter machen müssen Für mich sind wir zu wenig Gegner Hatte ich irgendwann gegen die Spinne gemacht Aber aus Versehen und wusste nicht wie ich es gemacht habe Wir sind irgendwie sehr verwöhnt Also Das ist jetzt Ach nee wir brauchen ja jetzt Ja Steine Das war Arkan und nicht Stein Egal Ich bin tot Nein bist du nicht Verdammt da wollte ich nicht hin Ich bin zu verksam Ich werde getotet Getotet werde ich getotet Ähm ich bin mir nicht sicher aber ich fürchte wir sollten Irgendwie sinnvolle Sachen tun Zum Beispiel Themenland töten Ich habe Goblins beschossen Er. 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 so war das doch richtig naja da war die gegner ich weiß aber es war mir lieber dass ich immer kurz war bitte kommt die gegner mitgehalten bleibt was irgendeinem grund brennig ja das war man kriegt auch immer mehr schaden vom brennen habe ich das gefühl dass es deckt sich so hoch das war ich natürlich an wenn er dich trifft pass auf ah der typ sind mit einem anderen trifft wahrscheinlich so was in flammenschwert der typ haut einem aufs gesicht wenn er mit dem mikro schlägt ich sagte einfach nichts mehr zu ich sagte einfach nichts mehr zu warum liebe leute so sieht das aus wenn man ein spiel mit zwei achtjährigen spiel wo ein hast gibt es hier gar nicht mehr haben wir noch nicht so befinden die tür ist zu 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 muss man was machen müssen wir benutzen nutzt es da kommen sehr gut animierte garten aus der wand nutzen haben wir ja schätze uns das ding auf die bank ja schätze ich auch glaubt nicht um ich mach alles weil wir so klose zu sein wir sind kluk klk 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 auch die so ein brechen boah epische musik ich bin der dampfmaster 9000 irgendwie kriegen die weniger schaden als alles was wir zuletzt hatten oder hast du mein gefühl so die gleiche schaden werden oder meinetwegen auch das wir auch vielleicht auf einem anderen schwierigkeitsgraden letzter zeit ich glaube einfach dass wir nicht mehr auf ich habe einen stein auf meinen kopf war ja irgendwer ist nass ich bin tot der macht dasselbe wie ich die ganze zeit gemacht habe der abgucker war 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 ich bin schon wieder ich bin schon wieder haben und ich muss mich erst entwässern wieder feucht so wie er ich ja ich befürchte nein fürchte das wollte ich gar nicht tun was ich da gerade gemacht habe ich bin doch ich werde wiederbelebt explodiert erst mal irgendwas auf dem screen wie war das jetzt so ne ja da hatten diese heilstranden da ist noch irgendwo einer am leben weiß ich das weiß ich nicht ach so ich lebe ja wieder ist egal gar nicht mit gerechnet da steht mir hier ne magik was sind die denn für coole stäbe dabei goblin stuff ich hab auch so ein stab damit kann man sich kurzzeitig immun gegen der mensch machen und regt nicht so ein scheiß stark guck mal hier ist ja dann warst das guide ja gleich haha ich habe ihn wiederbelebt ich krieg mehr punkte hat mich jetzt lieber als die stäbe hier liegen noch drei stäbe wenn auch einer einen haben will diese blauen dinge ich kann die nicht aufnehmen komischerweise jetzt ich kenne dich auch ne ich musste drauf mittlere maustaste shift mittlere maustaste keine ahnung so wie die stäbe aktiviert wir es das letzte mal in der letzten folge wieder rausgefunden hatten au was war das das war eine wasserkugel also wir müssen irgendwie effektivere methoden finden gegner zu töten ich glaube unsere alten methoden äh es sind mache fragen wie im wasser eigentlich spiel mehr gut sein ich weiß nicht ob die gegen gutes ach, ach, ich bin tot ich bin tot wenn ihr jetzt sagt mir nein der eine rennenced oben rum einfach auf gut verdacht zwischendurch mal revives drücken haben wir ja irgendwie ging es nicht leben ja auch noch alle sehr konzentriert und zwar nicht komplett sondern platt wie bei platt deutsch nur mit und so irgendwie war sehr gut wieso war ich plötzlich nicht mehr nass du warst noch nass ja du kriegst immer schaden dabei du kriegst immer schaden auch wenn du weil du nass bist was ich habe feuer gecastet kein blitz ich habe feuer gegangen aber wenn du feuer auf dich selbst kasten kriegst du davon schaden auch wenn du nass bist oder er und sagen glaubt er nicht durch lasst uns diesen raum betreten ich werde ein paar gefallen legen damit wir sterben das ist der falsche ist schon ehrlich dass wir mag ungefähr dieselbe größe haben wie so ein goblin das ist eigentlich eine gute idee eigentlich müssten wir genau unsere strahlen so kommen dass wir das machen dass die explosionen da stattfinden wo wir nicht so ja aber grundsätzlich könnte man unsere strahlen gut zum explodieren bringen wir waren das mit dem heiligen oder was ja so in etwa wie der das dahin aufgemacht hat und hat mir mal angeblich keine floster guckt jetzt mal zugegeben dass die professionelle regeln lässt mal richtige profis ans werk nein was böses noch als liebes jetzt noch mehr war fast richtig musst du mich löschen ach der hat ein schild wir machen auch der mit damit warum wir halten die die ganze zeit die magier können die magier können genau wie wir alles was wir auch können unter und halt ist nur dass die je nach rasse bestimmte lieblingszauber sozusagen haben ich weiß nicht was die da unten machen ist mir aber auch egal ich bin dort ist ja sofort nicht auf mich selber kasten ich hätte lehrtaste drücken müssen ja gehört aus meinem halbsteil raus ok lasers ich bin tot schon wieder ja 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 nass äh falsche taste ja ich habe dich wieder geholt und muss jetzt irgendwie zusehen wie wir das überleben man könnte immer aufhören meine sprüche zu kopieren jungs die hätte ich mir gerade ausgedacht und selbst gemischt ich bin kein gobbeln macht das doch zeit könnte ist ein guter zeitpunkt ja bleibt man stehen bevor du irgendwas triggers lieber vorstag ja es ist wieder zeit und katz zu machen und deswegen machen wir auch ein und deswegen sage ich schön dass ihr dabei war und bis zum nächsten mal euer thema und der vorstag und zum ende tschüss bis zum nächsten mal Vielen Dank.